Ich werde heute Super Mario Odyssey in einem einzigen Video als Anfänger durchspielen. Dabei starten wir bei 0 bis hin zum Finale und haben auch einen Timer, der schaut, wie lange wir brauchen werden. Bowser und Mario stehen sich das erste Mal gegenüber und Mario verliert hier das Duell und so schafft es Bowser Peach zu entführen. Let's go. Okay, die Zeit läuft. Wir müssen uns erstmal umschauen. Ich bin leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ah! Ey, das ist nice. Let's go und damit sind wir drin im Game. Nice, da ist die erste Brücke. Gute Arbeit. Da gehen wir direkt rüber. Da sprinten wir durch und jetzt geht es hier einfach auf den... Ey, was? Let's go. Du hast einen Frosch gekapert und damit sind wir drin. Jetzt können wir halt extrem hochspringen. Das ist halt das Geile an Super Mario. Man kann die ganzen verschiedenen Charaktere einnehmen. Jetzt. Uh, extra leben. Wir sehen schon den ersten Gegner. Okay, wir müssen gegen das dicke Kaninchen kämpfen, so wie es aussieht. Der erste Boss... Ey, es geht echt schnell in dem Game. Wie geht denn das? Achso, relativ simpel eigentlich. Wir müssen den angreifen. Ey, das ist ja voll einfach. Ah, und wie geht das jetzt? Ah, das war's. Ne, das war ein... Okay, das war eins. Zack. Zwei. Das ist ja voll einfach. Der erste Gegner ist easy, den schaffen. Ja, das war's schon. Chillig. Boom. Zack. Erstes Level geschafft. Hier. Ey, wie geil das aussah. Oh, den Part finde ich richtig... Schaut mal an, wie geil das aussieht. Und damit Super Mario Odyssey, der Auftakt Part. Und damit sind wir im Kaskadenland. Oh, das sieht so schön aus. Okay, wir müssen ein altes Luftschiff jetzt suchen. Und damit sind wir... ...wunderschön im Kaskadenland angekommen. Schaut euch diese geilen Wasserfälle vor allem an. Das ist echt schön gemacht. Let's go. Let's go, ein Kettenhund. Zack. Und... Zack. Und damit haben wir schon mal unseren allerersten Mond nämlich gesammelt. Die sind im Spiel sehr entscheidend, um voranzukommen. Du kannst vergleichen mit... Ich weiß es nicht, mit was man es vergleichen kann. Einfach Level. Let's go. Oh, da sehen wir es schon. Da. Ganz verrostet. Das Luftschiff. Ah, also. Wir müssen jetzt die Mütze draufwerfen. Und wir haben es schon gesehen. Wir brauchen noch fünf. Also mit dem jetzt noch vier. Ja, wir brauchen mehr Energie. Ja, ja. Okay. Also vier Monde. Vier Monde. Und dann können wir weiter. Oh. Was? Nein, bitte nicht. Ey. Ey. WTF. Ja, moin. Das war so klar, ne? Hä? Wer hätte ich denn das fangen sollen? Okay. Wie geht das jetzt? Wir haben hier mehrere Kettenhunde. Ähm. Da hinten können wir was zerstören. Dann gehen wir erstmal dahin. Zack. Oh Gott. Mal passen. Oh, was? Wir haben direkt Leben abgezogen bekommen. Egal. Jetzt. Zack. Ist da ein Mond? Yes. Eins von drei. Das ist doch eigentlich reichend, wenn wir in den Großen reingehen, oder? Dann müsst ihr doch eigentlich... Jawohl. Sag ich doch. Ich weiß gar nicht, wofür der Kleine überhaupt da ist. Zack. Das sind so geile Mechanics einfach. Und wir sind hier angekommen. Können wir irgendwas machen hier? Ne. Ich glaube, wir haben alles, oder? Komm. Alter, verarsch mich, ne? Kann ich einmal im Kreis machen? Ja. Ja, aber für ein Ding ist es für ein kacke Herz, Alter. Egal. Oh Gott. Ja, ich hätte die auch zerstören können. Ich laufe lieber vorbei. Der nächste Kettenhund. Oh je. Ja, wir sehen es schon. Wir können wieder rein in die Wand. Hier, glaube ich, oder? Bam. Yeah. Wow. Komplettes Level in 2D. Let's go. Drei Monate brauchen wir noch. Okay, jetzt. Das finde ich auch geil, dass wir auch so 2D-Parts haben. Ich meine, ich habe Mario früher nicht gespielt, fairerweise. Das ist trotzdem ganz geil. Vor allem ist es halt geil, an alle, die natürlich früher gespielt haben. Oh, Sekunde. Da kommt man rüber. Oha. Let's go. Das ist geil. Zweiter Mond. Schon mal hier. Einmal den Pixelmond in 2D geholt. Und wir kommen... Äh. Wir kommen wieder raus. Let's go. Let's mal aktivieren. Oh, wie geht das jetzt? Wir müssen den Karp haben. Und jetzt den AG. Jawohl. Lien. Weiter. Dankeschön. Zack. Jetzt wird es interessant. Uiuiui. Ey, wie schnell das geht. Das ist schon der zweite Gegner. Okay, der sieht schon etwas gefährlicher aus, sag ich ehrlich. Ach, wir müssen denn erst einmal diese Kappe runterhauen. Okay, erstmal voll rein. So, einmal ziehen. Ey. Jetzt. Und. Boom. Ey, ich liebe diesen Part. Ja, aber eigentlich ist... Nee, eigentlich ist es easy. Zack. Einmal so. Und dann Kappe weg. Und dann zweites. Junge. Jetzt. Und boom. Zweiten. Ich denke, wir brauchen drei wahrscheinlich meistens. Die Münzen sind jetzt zu riskant. Ah, nee. Easy, easy, easy. Kann eigentlich immer gut sehen. Wenn der hier dasht, ist man bis wohin da geht. Und dann kann man einmal... Bin voll dagegen. Egal. Jetzt. Und. Nee. Junge. Jetzt. Gegner Nummer zwei ist down. Jawohl. Gutes Tempo bisher. Ich bin mir echt gespannt, wie schnell ich sein werde. Könnt auch noch gerne eure Projekte auch in den Chat natürlich schreiben. Yes. Los. Geil. Schaut's euch an. Zack. Da haben wir es. Den alten Hut repariert. Ja. Let's go. Ui. Wo sind wir jetzt? Auf der Weltkarte. Wir sind praktisch eigentlich auf Japan, oder? Und fliegen jetzt nach Amerika, wenn ich die Weltkarte richtig deute. Okay. Nee. Wüstenland doch. Und damit reisen wir ins nächste... Ey. Es ging schnell. Okay. Das ist crazy, wie das aussieht. Alter. Animationen sind echt geil. Boah. Und damit machen wir uns auf den Weg. Mit unserem Luftschiff. Let's go. Also, wir sehen, durch den Besuch von Bowser ist einfach alles kalt geworden. Wir haben ja sogar Eisblöcke. In der Wüste. Also, wir reden mal kurz mit dem Kollegen hier vorne. Oh, da. Da kommt die Rakete entgegen. Zack. Die holen wir uns doch direkt. Ähm. Und jetzt? War das der Plan, oder war das falsch? Ah. Da ist noch einer. Da. Da geht's weiter. Wir brauchen halt eine Menge Monde vor allem. Ich hab jetzt ja gar keinen. Chillig. Ich weiß nicht, ob ich das gerade so gut mache. Wie viele Monde brauchen wir hier bitte? Hilfe. Okay. Also, hier geht's auf jeden Fall lang mit dem Tour. Was mir gerade Sorgen macht, wir müssen unendlich viele Monde sammeln. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Alter, wir sind gleich auch da und wir nicht aufpassen. Wir haben ja keinen einzigen bisher. Das ist nicht gut. Okay, jetzt aber. Jetzt schaffen wir's. Passt auf. Jawohl. Jawohl. Da geht's weiter. Genau. Ist er mir schon da? Äh. Äh. Wie groß ist die Ebene bitte? Aber der erste Mond von 10? Das sieht immer geil aus. Okay. Da ist ein Mond, oder? Da, wo es so leuchtet. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas machen soll. Ja, doch. Willst du mich verarschen? Warum soll ich? Ja, okay. War in Ordnung. Willst du mich mit verarschen? Ey, das war gut gedocht noch, aber. Also, ich krieg nicht mal einen Mond dafür, sondern nur so ein paar. Irgendwie 15 Monde brauchen wir. Wie soll ich denn 15 Monde kriegen? ETF. Das Röntgo-Lead-Habitat. Wir müssen hier so kleine, äh, Mondstücke müssen wir sammeln. Nice. Zack. Zack. Okay, 5 brauchen wir, 3 haben wir. So, jetzt mit Hilfe der Sonnenbrille können wir jetzt ganz einfach hier lang gehen. Aber eigentlich ist es auch nicht so schwer. Man kann sich eigentlich denken, wo es lang geht. Ja, aber eigentlich nicht immer so schwer. Zack. Zack, jawoll. Easy. Wir kriegen ein Boot dafür. So, raus. Mond. Nice. Ey, nur noch so 15 Stück. Chillig. Oh, die Pyramide. Die umgedrehte Pyramide. Hilfe. Kopfstand-Pyramide, schaubern. Das Ding ist, wir haben aber viel zu wenig Monde bisher. Okay, wir müssen seine Schafe zurückbringen. Drei Stück. Ah, das erste Schaf. Oh, doch, hier ist was. Kriege ich einen Mond? Oh, sorry. Ja, ich kriege wirklich einen. Oha. Let's go. Oh, also den müssen wir jetzt hier zurückbringen. Oder das Schaf. Ähm. Wo ist denn? Ja, da hinten wackelt einer rum. Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Da ist noch ein Schaf. Ah, okay. Sehr gut. Da haben wir schon mal zwei. Eins. Okay, hier geht's in die umgekehrte Pyramide. So. Okay, wir sind mitten in der Pyramide. Und das ist relativ... Wir haben noch wenig Leben. Ich hoffe, wir schaffen das. Aber wir können ja auch... Lol, wie wir beschleunigen können. Oha. Geil. Okay, wir sind wieder in einem 2D-Abschnitt. Ähm. Ah, ach so. Ah. Wir können ja auf dem Kopf laufen. Das war ziemlich knapp, aber wir haben es geschafft. Das sieht auch sehr, sehr gut aus. Ja, ja. Da sind wir schnell. Okay, wir sind... Äh. Ah, okay. Also das auf dem Kopf spielen liegt mir nicht ganz hoch. Der Cutter kann man aus Spaß das Gameplay auch umdrehen. Okay, Spaß nicht. Ich will es nicht betreiben. Oh mein Gott. Können wir da noch weiter vielleicht? Ne, leider nicht. Okay, die hat so eine Stachelkugel-Ding. Okay. Weiß jetzt nicht genau, was die macht. Okay, die wirft Bomben. Können wir mit den Bomben... Was machen? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Kann ich die irgendwie treffen? Oh, okay. Ne, jetzt. Ah, okay. Das gilt schon. Ja, das ist ja voll... Das ist ja voll entspannt. Nice. Erster Kill. Äh, ja. Zack. Oh, wir haben wir getroffen. Ne, das gilt nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zwei ist das schon? Ne. Immer drei Leben. Zwei von drei haben wir. Das Problem ist, jetzt wird die wieder ihre komischen Bomben-Dinger werfen. Eine. Ah, okay. Oh, die sind wahrscheinlich noch mehr als gerade eben, schätze ich. Wir dürfen da halt nicht drankommen. Weg, weg, weg. Hier. Ja, jetzt sind wir ja komplett eingekesselt eigentlich. Soll ich die noch Bomben dann... Okay, es geht, es geht, es geht. Nice, nice, nice. Jetzt drauf. Und... Zack. Gegner Nummer drei. Hey, das geht gut. Problem ist die Monde. Nein, ich habe auf fünf gehofft. Es gibt nur... Oh, wir haben viel zu wenig Monde. Wir kommen so nicht weiter. Wir müssen dringend jetzt Monde sammeln. Ja, wahrscheinlich. Was geht denn jetzt ab? Das Loch in der Wüste? Lol. Okay, erstmal in die Stadt. Wisst ihr, wohin ich jetzt muss? Uns fehlen noch so zehn Monde jetzt. Das ist wirklich grauen... Oh. Willst du mich verarschen? Wahrscheinlich kommt jetzt noch so komische Skelette raus. Weil jetzt ist alles noch dunkel geworden. Weißt du, ich muss dagegen werfen, oder? Ja. Oh, die Scheiße. Okay, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, so rum geht's. Äh, Mond? Oh, ich muss den Mond abwerfen und nicht die kacken Münzen. Das soll mir aber auch erst einer sagen, Alter. Was soll ich das denn wissen? Ja. Boom. So nämlich. Ich bin auch selten doof. Ich hätte drauf kommen können. Ich hätte drauf kommen können. Ja. Ich habe keine Ahnung gehabt. Aber da war ein Mond. Danke. Uh. Okay, weiter geht's. Ey, das ist aber wirklich... Es wird echt super hart werden, das durchzuspielen. Ich meine, wir brauchen noch so... Ich meine, wir haben jetzt schon mal zwei gefunden. Es fehlen noch so acht, glaube ich. Ja. Ja. Mart. Nicht auf Dächer steigen. Runter. Runter. Lass los. Junge. Ja. Zack. Jo, ein Mond im Shop. Okay, das ist natürlich geil. Deswegen immer schön Münzen mitnehmen. Wo kriegen wir den nächsten Mond am besten? Nach links. Ja, ich weiß. Zur Seite. Zur Seite. Oh mein Gott. Ich bin so behindert, ne? Das ist unfassbar. Oh. Wahrscheinlich zu reichen. Lass mich. Wett verarschen. Jetzt aber. So. Okay. Okay, wir müssen eigentlich ja nur hier durch. Und raus. So. Sehr nice. Okay, jetzt dasselbe wieder. Können wir steuern. Okay. Okay. Nice. Richtig. Okay. Oh mein Gott. Ich hab mich fast schon wieder umgebracht. Ich check's gar nicht. So. Aber auch erst mal wissen, dass es hier so lang geht. Zack. Wenn es jetzt wirklich ein Triple-Mode ist, fehlen uns noch zwei Monde. Okay. Was ist das denn? Wo ist der Ring hin? Oh. Die haben den Ring geklaut. So kann ich jetzt aber nichts. Ähm. Ich kann die Hand. Wie geil ist das denn bitte? Das ist geil gemacht. Das ist, das ist wild auch geil gemacht. Da sind Herzen, by the way, drin da unten. Ich wollte nur noch zwei leben, leider. Oh. Wie komm ich an die Herzen ran? Mach mal hier auf. Wie komm ich ran? Wie komm ich ran? An die Herzen? Bleibt denn da eigentlich hängen? Muss ich auf diese Kristalle schlagen lassen? Ah ja. Macht Sinn. Wie der struggelt, Alter. Das ist geil. Jetzt. Okay. Ah, jetzt da. Okay. Wir dürfen uns nicht verkacken. Wie deutlich am besten jetzt bitte? Ach so. Eigentlich nicht so schwer gewesen. Ich war nur dumm vorhin. Okay. Komm, 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 komm. Also. Der muss jetzt hier bitte einmal. Okay, hier muss ich dort schon. Der muss jetzt bitte hier einmal einfach auf. Der macht das nicht. Der muss aufs Eis eigentlich schlagen. Will er aber irgendwie nicht. Hier bitte drauf. Ja. Und noch ein Herz raus. Ja, ja. Sehr gut. Und in dein Gesicht. So, der kann es abwehren damit. Ah. Ja. Okay. Ein Leben. Ein Leben noch. Perfekt. War es das schon? Okay, der rastet es wieder aus. Aufpassen. Ja, das ist easy zu deutschen. Okay, 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 okay. Jetzt noch einmal. Dann haben wir das Gesicht geschlagen. Gesicht geschlagen. Oh, nein. Willst du mich verarschen? Ja, gut. Der trifft halt nicht gerade gut. Okay, jetzt wieder schlagen. Nee. Oh, jetzt eskaliert er komplett. Was ist das denn? Der muss doch jetzt mal. Schlag, scheiße. Zack. Zack. Und jetzt in dein Gesicht rein. Jetzt wächst er die Seiten. Das ist natürlich geschickt, aber es bringt nichts. Bam. Gegner Nummer vier, glaube ich. Bam. Ja. Zack. Okay, drei Monate sind geil. Uns fehlen aber noch zwei Stück. Das ist die Sache. Da ist kein Mond. Doch, ich wusste doch, dass da noch ein Mond ist. Ich habe vorhin schon gedacht, dass da einer sein müsste. So, boom. Einer noch. Ein Mond noch, komm. Ein Mond ist ja wohl drin. Hier doch bestimmt, oder? Da leuchtet es. Ja. Bam. Der letzte Mond. Äh, wie jetzt? Ich würde gerade sagen, Rakete. Zack. Und dann holen wir uns den letzten Mond. Ganz einfach. So nämlich. Jawohl, jawohl. Ach so. Ich muss raus. Zack. Jetzt am Mond. Hä? Ach so, ich muss mit der Cap rein. So. Jawohl. Let's go. Da haben wir unsere Münze. Das war nicht so leicht, sage ich ehrlich. Okay. Zack. 22. Die Odyssey ist leistungsfähiger. Und damit geht es weiter. Meist in Seeland zuerst. Wir gehen ins Seeland. Im Seeland gibt es nämlich das Schnixenkleid. Also er sucht eben Sachen wie die Hochzeit zusammen. Als erstes den Ring im Wüstenland. Den hatten wir gerade eben von dieser Riesenhand. Und jetzt das Kleid. Okay, das schaffen wir never. Never schaffe ich das. Ja. 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 Let's go. Okay, das war super, super wichtig. Jetzt haben wir schon mal einen Mond. Ich will nämlich nicht wieder so strugglen und die ganzen Monde wieder. Ihr wisst, was ich meine. Eins von fünf. Brauchen wir die? Und da ist so ein Riesen-Fisch-Dings da. Der hat einen Mond auf dem Rücken. Okay, erstmal schnell. Erstmal. Was ist das mit dem Sammeln? Zack. Will mir schaden, wenn wir das Viech andingsen? Nee, ich immer nicht. Oh, ich weiß nicht, ob es lucky war, dass wir da direkt auf den gestoßen sind. Aber ich bin dabei. Ich hoffe, ich vertraue euch. Die meisten sagen, wir sollen kaufen. Let's go. Jetzt haben wir halt nur noch 97 Münzen, ne? Amario freut sich. Okay, wir brauchen noch fünf Monde. Komm, wir haben bestimmt auch wieder einen Boss. Dann brauchen wir eigentlich noch so zwei, drei. Ah, Chili, das schaffen. Wir brauchen eigentlich nur noch den Boss. Die Frage ist, wie wir zum Boss kommen. Ich denke, wir müssen da runter, würde ich mal predikten. Da wahrscheinlich, ne? Äh. Äh. Jeff. Hallo. Beeil dich. Oh mein Gott. Willst du mich verarschen? Captain Todd. Ich hab zwei Leben für dich verloren. Was laberst du? Ich hab den Mond entdeckt. Danke. Ich hab zwei Leben für dich verloren. Zwei. Ja. Ja. Safe ist der Mond. Nein. Nein. Diese dummen Viecher nerven aber auch extrem, ne? Mein WTF. Was ist das? Komm, erstmal einmal weg. Ja. Schönes. Okay. Sind wir jetzt? Wir sind da. Ich glaube, es fehlt noch ein Mond halt irgendwie. Aber die... Wir sind bei den nächsten Bossen. Ich bin so sauer auf dich jetzt. Ich sag jetzt gar nichts. Ich mach den jetzt einfach fertig. Das Ding ist, ich hatte den so clean weg. Ich hab auch jedes Mal getroffen, als ob das noch nicht gereicht hat. Ja, der letzte war lost. Das stimmt. Der letzte war wirklich lost. Aber das ist überhaupt nicht reichen kann. Ich wusste es gar nicht, dass es überhaupt geht. Ohne reden jetzt. Er wird jetzt abgezogen. Okay, seid ehrlich. Das war clean. Das war clean. Das war komplett clean. Nein. Okay. Mario-Chip wieder filmen. Ein Mond. Ja. Hä? Nehme ich mit? Ganz ehrlich. Oh, ich bin fast noch runtergesprungen. Und. Zack. Sehr schön. Stark. Ja. Ja, 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 ja. Der letzte Mond. Also. Okay, let's go. Nächster Part der Olli ist ja geschafft. Das Seeland. Da sind wir. Fahrt zum Himmelsgarten. Mit dem Broom-Arrangement. Was hier geklaut wird. Oder was wir brauchen. Oh nein, das Gift. Aber die haben auch einen Shop hier. Ja, geil. Wie immer. Komm. Ja, ja, ja. Ja, die haben immer Monde. Deswegen. Immer. Immer mitnehmen. Zack. Ah, ja. Das ist doch cool. Ewig zu strecken. Das ist echt cool. 100% ist dann Mond schon mal. Deswegen gehe ich da gerade lang. Achso, sorry. Ja, sag ich dir. Ey, das war ein smarter Mond. Den haben wir gut mitgenommen. Sehr ehrlich. Okay, jetzt mal schnell. Boah, ich kann mich überhaupt nicht orientieren hier. Nochmal. Jawoll. Sehr, sehr geil. Okay. Okay. Wie komme ich jetzt hier weiter? Hm. Also rein logisch gesehen. Baue ich das große Viech da. Ja. Das ging ja richtig leicht. Ich kriege noch einen Mond sogar geschenkt dafür. Danke. Läuft. Jawoll. Blumendiebe im Himmelsgarten. Richtig. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Aber safe call. Ist da jetzt ein Mond? Safe. Wenn es da keinen gibt, dann... Ey, dann wäre es wirklich bodenlos. Da muss es jetzt einen Mond geben. Was macht der denn aber auch? Okay, wir haben den Mond bekommen, aber ich bin echt sauer auf den Mond. Wir sind dreimal gestorben. Dreimal. Ja, wahrscheinlich bin ich noch ein Leben abbezogen. Komm, komm. Es muss eigentlich einen Mond geben, oder? Oh, das ist aber sehr gut. Oh, das ist sehr gut. Wir haben sechs Leben jetzt. Okay, dann kommt safe ein Boss jetzt eigentlich. Hier. Das ist safe ein Mond. Jawoll. Immer Monde nehmen. Immer Monde nehmen. Tschüttel. Ey, wie soll ich... Was soll ich denn da machen? Ja! War es das? Oh, ey, das war ein unfassbar ekliger Gegner. I. Oh. Ey, brauen noch Monde. Das sind drei Stück. Das ist ganz... Das ist nicht schlecht. Letztendlich ein Livestream auf YouTube. Ne, es kommt ein Highlight-Video da draus. Nächste drei Monde. Also, wenn ihr das Ganze supporten wollt, das ist unbedingt Support vor allem auf die Videos da. Letztendlich bin ich eigentlich auf die Videos angewiesen, dass die gut laufen. Ich werde halt die nächsten Wochen, Monate auf dem Kanal durchziehen und halt immer so ein geiles Video pro Woche bringen. Mario Kart und Fortnite sind schon online. Und wenn die gut laufen, ich werde ein bisschen durchziehen. Ne, ich habe ja meinen Main-Kanal, meinen Brauses und Clash Royale Clash of Clans Kanal, aber Let's Play-Kanal will ich voll durchziehen und halt hoffen, dass das Ganze... dass das Ganze vielleicht auch mal Main machen kann, weil ich einfach mal Bock auch auf andere Games hätte und ich halt immer nur dieselben. Das ist halt schon geil, ja. Passiert. Nice, okay. Wir brauchen aber noch eine ganze Menge Monde. Wo ist Nächstes hin? Wo ist Nächstes hin, Chat? Das ist echt jetzt nicht so leicht. Wenn es jetzt nicht richtig ist, Danny, dann bist du schuld. Vertrau dir jetzt, weil du kommentierst immer sehr aktiv. Bitte. Ja, ich vertraue dir. Wenn du es recht hast, dann bist du eine Legende. Ja, du bist eine Legende. Aber es ist nur ein Monde. Ich dachte, das wären zwei. Egal. Frage dir. Ich verstehe noch nicht ganz, wie kann ich nach vorne hechten? Wie hechte ich nochmal? Ah, okay, komm, wir schaffen das. Komm, komm, komm. Glaubst du, in den beiden Räumen war der... Okay, komm, 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 komm. Okay, wir haben noch viele Monde in dem Bereich. Das wird nicht leicht werden, ne? Ja! Den Panzer nehmen und die Mauer aufschießen. Panzer unten. Da ist ein Panzer? Du musst einen anderen Weg. Achso. Ich hab' ich in die Idee gekommen. Da ist ja wirklich ein Panzer. Was machen die denn jetzt hier? Moin. Das ist aber nice. Und jetzt? Ah ja. Das kenne ich schon. Halten. Wurf. Wurf. Jawohl. So, jetzt sind wir wieder drin. Davor waren wir... Wir hatten gerade ein bisschen Probleme kurz. Aber jetzt sind wir voll drin. Da ist eine Rakete. Das sieht auch nice aus. Das war Speichern. Ladestation am Robohalm. Du kennst sie. Radefolgen. Was ist denn jetzt los? Oh! Ein Mo... Oh, das ist wichtig. Wir haben jetzt nur noch... Also, das ist sehr, sehr gut. Die Frage ist aber jetzt, wo es lang geht. Oh, sorry. Das war scheinbar nicht das Richtige. Ist hier irgendwo ein Viech, wo wir hochklettern können? Sehen wir jetzt hier irgendwie nix gerade. Ah! Ach, cool. Hier ist ja eine ganze Menge sogar. Okay, es scheint hochzugehen. Es scheint hochzugehen. Dann hat es gerade hoch. Hoch. Ach so. Dummheit. Sorry. Boom. Ich schieße Y. Einfach draufballern. Alles gut. Hä? Ah. Ich kann sagen. Und jetzt müssen wir auch hier nach oben kommen. Dann müssen wir alles hier aufsprengen. Wann ich sagen. Ich bin auch im Mond, wenn ich alles aufspreng, oder? Kein Wund. Bin ich doof. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt nicht, wäre ich sauer gewesen. Von jetzt hier. Wie soll's da runter? Jawohl. Der war sehr gut. Der war richtig. Chance zum Boss zu gehen. Yo. Okay. Das ist geil. Der war mit dem Panzer hier. Oh. Ja. Chillt mal. Ich check gerade nicht, was wir machen müssen. Jetzt. Ich habe alle zerstört und wir kommen nicht weiter. Wenn noch ein Mond gewesen ist, ist jetzt egal. Ja. 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 Oh mein Gott. Ja. Ja. Wieder hart für mich. Okay. Wir hätten gar nicht mal so viele Monde sammeln müssen. Wir hätten zwar einen mehr, als wir brauchen. Auch nice. Und damit kommen wir zum Bossfight. Ja du, das ist ziemlich obvious. Wir müssen da rein, ne? Jo. Passt das schon? Denkt man nicht. Okay. Wenn wir diesen Boss besiegen, das ist geil, dann kriegen wir drei Monde. Ja. 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 Okay, das ist schon scheiße großes Ding. Let's go. Ähm. Ich denke, wir müssen in die Blöcke da rein, ne? Ja. Der erste Part war ja voll easy. Der zweite? Ne, der zweite war glaube ich schon nicht mehr so einfach, ne? Tigger. Chill mal. Wir werden eh nochmal krasse Rebellen kommen. Safe call. Nicht schon so beginnen. Ey, wie clean. Ey, wie clean war das denn bitte? Okay, okay. Wir brauchen noch einen Kill jetzt. Dann haben wir den weg. Den nächsten Gegner. Der wäre super wichtig zu werden. So. Ja, ich wollte gerade sagen, ich befürchte, dass er eskalieren wird. Das passiert auch. Aber es ist eigentlich noch relativ entspannt. Das geht noch. Ja, das meine ich halt. Aber das haben wir hinbekommen. Das haben wir hinbekommen. Noch eine Welle? Nein. So. Jetzt passt er auf. Wo sind die Dings? Da. Bam. Direkt weg. Chillig. Zwei. Weg. Drei. Oh mein Gott. Das war ja jetzt... Was haben wir da vor... Es war ja jetzt voll... Das war ja clean. Let's go. Weg damit. Jawohl. Easy. Leute, wir haben es geschafft. Das war der härteste Part bisher. Let's go. Wir haben es geschafft. 16 Monde insgesamt. Er war ein relativ langes Tag. Auf der Ebene. Aber das war wichtig. Nächster Part. Okay. Ich will nichts sagen, aber der hat Kanonen. Also ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden. Ja, laber nicht. Keine Zeit. Ich habe auch keine Zeit. Rein in den Fight. Oh je. Okay. Bowser 1 gegen 1 einfach. Okay, aber relativ einfach. Wir können eigentlich die Mütze einfach kapern. Oh, ich habe mich hingeschaut. Schlagen, dingsen. Schlagen, dingsen. Relativ einfach schlagen. Boom. Oh, okay. Nimm das. Relativ einfach. Dreimal müssen wir es machen. Komm, auf geht's. Dreimal müssen wir es schaffen. Was ist der denn jetzt? Wir hätten ja schreit rum. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich will mal die Fake-Cappies einfach abwehren. Boah, knapp. Ich dachte, wir treffen nicht, aber wir haben es. Das ist aber jetzt. Boah, das ist echt nicht leicht. Wir müssen halt hier die Wellen dodgen, ne? Willst du mich verarschen? Das ist ein bisschen Overkill. Aber gut, wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Okay, okay, okay. Perfekt. Wir sind bisher richtig gut dabei. Wir müssen nur einmal... Das können wahrscheinlich nicht ganz, ganz viele Cappies durch das einschätze. Fünf? Fünf, sag ich. Nice. Du musst einfach nur die Haupt... Jetzt haben wir es. Okay. Jetzt müssen wir einfach nur dodgen. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr so schwer. Zack, zack, zack. Ja, wir sind voll daneben. Das war's. Wir haben den. Das ist der dritte Schlag. Ja, einfach. Arsch mich, ne? Was ist das jetzt? Ja, dachte ich, ne? Ich sehe nichts mehr. Hallo. Ich sehe absolut nichts mehr. Der wird hier voll daneben. Ach, nicht dumm. Das ist doch wohl verars... Ich wollte gerade sagen, das ist doch wohl verars... Wir haben den ja wohl eindeutig. Geil. Let's go. Feuer. Ja, da ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Ich habe auch gesagt, er nutzt seine Kanonen. Warum feiert man auch gegen jemanden, der Kanonen hat? Ist ja obvious, dass wir ihn verlieren. Da ist er weg. Gucken wir laufen. Was kommt jetzt? So ein Adlerfisch. Ja, moin. Da ist natürlich dumm gelaufen. So, jetzt hier. Ja gut, ich muss dieses komische Viecher eigentlich nur hochdringen, ja. Jawohl, das war einfach. Das war richtig einfach. Hier ist ein Cappy-Shop wieder. Das ist sehr gut, weil damit können wir safe call, oder? Dem. Was ist auch noch? Ja, Todd. Als meiner Freundin ist das noch gerade 35er. Oh je, dann viel Erfolg an ihm. Nee, nee. Ich kann das nehmen. Sehr gut. Und immer wichtig. Immer mitnehmen. Oh, nee. Das ist... Oh mein Gott. Hä? Da ist ein Mond draußen und drin. Das ist kein Boss, aber dann war das ja übel gut gerade. Das war ja absolut nicht mehr im Plan, aber wir haben jetzt... Das ist ja absolut krank. Wir kriegen jetzt zwei Monde hier for free. Ja. Zack. Richtiger Mond. Okay, wir... Ich weiß gar nicht, wir sollten... Da hinten wäre auch noch ein Mond, aber den brauche ich jetzt nicht. Nicht unbedingt gerade. Ja. Haben die aber gut gemacht. Also das, der letzte war ja eklig. Boah, das war ein Struggle dahin zu kommen, aber ich hoffe es was wird. Okay. Müssen wir. Ja. Also, als normaler Mario kommen wir nicht hin. Nice. Zack. Da ist der Mond. Sehr, sehr geil. Wieder gut. Müssen wir erst alle Monde sammeln? Wir brauchen halt noch drei Stück. Ich wüsste es halt gar nicht, wie ich die alle kriegen will, ehrlich gesagt. Ja, jetzt geht's doch. Irgendwie nur nach unten gesteuert, weil ich dumm bin. Kann man so doof sein? Ich hab noch... Oh mein Gott. Ich hab schon mal nach unten gesteuert. Okay. Wie kommen wir jetzt... Ah, wär noch ein Schlüssel zum Beispiel. Let's go. Super gut. Das läuft. Das läuft richtig gut. Wir legen weiter. Wir legen los. Wie auch immer. Wir legen weiter. Ja. 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 Super, super, super wichtig. Also. Großstadt. Angelehnt an... I don't know. New York vielleicht. Keine Ahnung, wo das angelehnt ist. Aber es sieht cool aus. Okay. Am Stadtrand. Also wir wissen eigentlich offensichtlich auf den Panzer. Ah, der hat einen Hut. Kann ich da nicht kapeln, oder was? Doch, geht. Okay. Ich weiß halt nur absolut nicht, wo wir hin müssen. Ich denke mir einfach geradeaus. Ein Herz dafür willst du mich verarschen. Kann doch nicht ernst gemeint sein. Jawohl. Da müsste eigentlich noch einen Mond sein. Ah, okay. Wenn ich so schon mal... Wie viele Monde sind das? 20? 20, glaube ich. Oh, okay. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ein Conversion Boss. Okay. Das ist jetzt kritisch. Das ist jetzt kritisch. Okay, chillig. Was ist das? Oh Gott. Ich glaube, ich sollte am besten da rausgehen. Ich gehe da am besten raus. Ich glaube, das ist es uns, die Deutschen. Ich schieße mich jetzt so Elektro-Wirma auf mich. Ja, ja, nee. Das schaffe ich aber. Das ist easy. Okay. Wollte ich irgendwas machen? Ich muss einfach nur Deutschen. Ich denke, ich muss nur Deutschen, oder? Der wird... Der wird sich hoffentlich gleich wieder beruhigen, denke ich mal. Boah. Das ist fies, aber eklig. Ja, es ist zurück. Okay, so. Was wir jetzt machen... Lass mal jetzt hier den Panzer wieder capturen. Ah, jetzt sehe ich diese Lava-Welle auch. Shit, willst du mich verarschen? Es war ein... ... das er hinbekommen hätte, Alter. Ich habe noch drei Leben übrig. Es ist machbar. Let's go, das ist die Chance. Okay, let's go. Wir brauchen noch einen, eins. Oh, aber der wird sich mal richtig ausrasten. Richtig, shit. Okay, wir gehen raus, wir gehen raus. Ihr meintet, der ist voll schwer. Der war voll easy. Hä? Der war doch nicht schwer. Hä? Also ich... Der war... Der war entspannt. Ein Neuanfang für die Stadt. Auf geht's. Nice. Wir sind... ... in der Stadt. Sehr, sehr, sehr geil. Ja. Boah. Let's go. Sehr geil. Nice, komm. Nice. Das war schön. Go. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Smart. Ja. Jetzt? Bin ich hier richtig, Chad? Ich bin jetzt auf der Spitze. Da ist ein Mond erstmal. Oh, let's go. Oh. Das war ja so bad, Alter. Ich hab's ja wirklich verkackt. Ich hab's tatsächlich verkackt, das Licht zu fassen. Okay, wie kommen wir jetzt bitte zum nächsten Musiker? Das ist eigentlich eher die Frage, die wir uns stellen müssen. Ja, der Mond muss sich auf jeden Fall mitnehmen, natürlich. Ich seh's. Okay. Komm, flieg! Boah, der war aber auch sau schwer zu kriegen. Oh mein Gott. Ja, der ist dabei. Und noch ein Sterben. Ey, der war hart. Kann man denn so ein... Das ist wirklich kompletter Overkill. Kann nicht sein, langsam. Das ist so ein paar Töne, die in anderen Minuten durchsetten. Hassle ich mich so ab hier. Ich schaffe es. Du musst es wieder anhalten. Echt? Du musst einfach nur richtig abtimen, oder? Nee, ich muss es hier. Oh mein Gott. Ich bin fast wieder verkackt. Was war... Ey, mein ganzes Mikro ist nass. Ich hab's angesabbert. Bäh. Zack. Achso, einfach die beiden down machen, oder wie? Hier, verkackt's jetzt bitte nicht. Reicht es jetzt? Habe ich's geschafft? Ist das ein Mond? Oh, bitte hab ich's jetzt geschafft. Na, den Mond kann ich nicht einfach so nehmen. Mal alles sauber machen. Und Mond nehmen. Okay. Zack. Aktiviert. Let's go. Brauche ich's nicht. Jetzt hab ich's aber. Oh. Unnötig. Okay, zwei Leben haben wir jetzt für den Final Part. Wenn ich jetzt wieder verkrackle. Nee, ist noch nicht der Final Part. Stimmt, ich muss ja noch hier lang. Junge, 573 Münzen sind geil, aber... Okay, komm. So, und jetzt einfach kaputt machen, oder? Ja, yo. Was war das denn? Wieso, wieso einfach? Dann Donkey Kong Werbung. Kann ich das runterstützen? Ich probier's lieber nicht. Hey, du siehst mich doch. Drei. Drei Monde, oder? Das reicht auch noch nicht. Aber wir haben es so gut wie. Okay, wir brauchen noch vier Monde, ob wir's... Okay, wir brauchen noch zwei Monde. Oh. Danke dafür. In der Realität wird man sich eher bedrängt fühlen. Aber wie kommen wir denn da hoch? Oh, lol. Das geht ja wirklich. Das sei richtig geil. Als ob wir da jetzt wirklich... Ja, Save-Core kriegen wir da ein. Ich wollte gerade sagen. Ey, das ist ein geiler Spot für den Mond nochmal. Let's go. Und damit sind wir... Ehrlich. Das geht schneller, als ich dachte. Muss ich ehrlich sagen. 20 Monde gesammelt. So und nicht anders. Das war gut. Das haut rein. Let's go. Wir gehen ins Polarland. Gute Idee. Danke, war nicht meine. Wo müssen wir jetzt lang hier? Darunter? Können wir da einfach lang? Sterben wir jetzt? Oh Gott. Halt. Aufpassen. Ja, da ist der erste Speicherpunkt. Let's go. Okay, also die Map sieht wirklich nicht so... Jo. Erstmal gestorben. Die sehen witzig aus. Sind das Robben? Ich glaube. Runde Robben. Nice. Let's go. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Erster, die zweite Monde schon mal hier. Was? Wie geht das? Weiß ich nicht. Moin. Das unten hat die leckere Zuckergust-Torte ver... Storen, die wir für den ersten Platz vergeben. Wie geht das? Muss ich hier rein? Die Rennpiste. Ich denke, wir müssen da rein, oder? In die Eingänge. Ich hoffe, das passt. Okay, also hier müssen wir jetzt Monde sammeln. Das Gute ist... Oh. Was ist das denn? Das Gute ist... Wir können hier nicht sterben direkt. Und... Ich sehe gerade, wir rutschen da auch nicht aus. Vor allem auf dem Schnee. Das ist ja übel chillig. Oh Gott. Das ist aber nicht so nice. Hä? Das ist ja übel entspannt. Eigentlich brauchen wir einfach nur die fünf Monde hier. Zack. Zack. Das ist ja übel chillig eigentlich. Okay, doch nicht ganz, aber... Hä? Wie schnell ging das denn, bitte? Zack. Und alle fünf Monde. Hä? Übel, gut. Zack. Zack, hier. Zack. Und einen Mond kriegen wir. Müssen wir den holen? Es ist der Boss schon. Wieso ist denn da jetzt ein Boss plötzlich? Wieso kommt er jetzt random ein Boss? Müssen wir die als alle besiegen? Ich habe gerade gar nicht zugehört. Warum ist da gerade ein Boss? Die meisten, wenn wir uns jetzt gar nicht mehr sehen, dann ist das ja voll schade eigentlich. Haben wir. Hä? Ist doch voll nice. Ich denke jetzt aber nicht, dass das war, oder? Cool. Wieso? Keine Ahnung. Chillig. Let's go. Nice. Was war nice? Yo, die windige Höhle. Die sieht nice aus. Ey, die sieht ultra nice aus. Ach, die schubsen das hin und her. Das ist doch übel entspannt eigentlich. Äh, doch nicht so entspannt vielleicht. Ist das jetzt hier der Plan? Was müssen wir machen? Ach so. Ob wir es. Den müssen wir jetzt da... Ja. Ey, das ist nice. Zack. Das ist ja übel, geil. Das ist echt. Das ist nice gemacht. Das war's? Wie das war's? Hä, das war ja der leichteste Mode ever. Oder kommt... Was war? Hä? Das wäre ja gar kein Vergleich zu den anderen Leveln. Ich muss doch die Eiszapfen auslösen. Das ist die Lösung. Alter. Ich dachte, ich muss... Ihr habt gemeint... Nein. Ich brauche... Oder? Ich hab die gar nicht gebraucht. Boom. Jawohl. Nämlich so... Und ihr sagt mir, ich muss die Rumbas alle sammeln. Ich geb mir voll Mühe. Da wär ich ohne Chat aber schneller gewesen. Boah, okay. Er hat Angst zu gewinnen. Ja, okay. Muss jetzt capturen, ja. Ist das geil. Ey, das ist ohne Witz nice. Er beginnt das Rennen schon? Oh je. Oh Gott, oh Gott. Das wird aber nicht leicht werden, bestimmt. Wenn ich wirklich jetzt genau so... Hallo, der ist da. Wo muss ich jetzt hin? Ich bin noch hier. Hallo. Mach ich? Der will nicht. Sorry. Mit ihm reden als... Ach, als Athlet mit ihm reden. Oh mein Gott. Nee, geht nicht. Jetzt ging's, Alter. Es ist... Manche Sachen sind so obvious und ich krieg sie trotzdem nicht hin. Die Torte wurde gestohlen. Egal. Ich mach mit. Okay. Hier vor allem clean drüber kommen natürlich. Wir sind schon mal hier ganz ordentlich dabei. Okay. Vor allem die Kurven natürlich sehr gut nehmen. So, jetzt hier. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Ich glaub, das war's schon wahrscheinlich, oder? Ich weiß halt nicht, wie streng es ist. Okay. Wir sind noch nicht raus. Oh, drei Runden sind's. Ja, nee. Dann können wir eh gewinnen. Oh. Ah, erste Runde aber nicht gerade clean. Wir sind noch dritter. Oh. Let's go. Wir haben's wirklich geschafft. Okay. First try. First try. Seid ehrlich. Das war gut. Ach so. Okay. Gut. Ich nehm's zurück. Das reicht einfach. Stopp mal ganz kurz. Ich hab mit Athleten gekapert und hol mir dann selber den Monde. Smart. War nicht weird. Und dann haben wir noch Party. Sehr geil. Was war's? Wir haben's geschafft? Oh mein Gott. Ey, die Welt ging übel leicht. Nice. Und damit sind wir im Küstenland. Das Glas ist halb leer. Sehr nice. Ey, sollten wir eigentlich auch mal zwischenspeichern. Was ist das denn für eine? So ein Riesen-Octopus. Wie geil. Ja, ich hab's schon fast gedacht. Kommen wir da ganz hoch? Ne. Komm. Also wir kommen hier. Ah, ja. Hä? Wie nice war denn der Moment bitte? Ist ja voll entspannt. ETF. Was wollen die? Oh mein Gott. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin einfach dagegen gefahren. Es macht aber auch irgendwie keinen Sinn, dass man da Schaden bekommt. Okay. Versteh ich nicht. Ach, keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, dass ich von... Ach, egal. Komm. Jawohl. Und untertauchen. Ja. Das war gut gemacht. Nice. Hä, komm. Wo soll ich denn wissen, dass da komische Muräne rauskommt aus dem Boden? Nice. Jawohl. Es bockt einfach. Geil, Alter. Boom. Drei. Nummer drei. Komm, wir skippen. Wissen wir schon. Okay, wie kriegen wir den letzten Stöpsel? Lasst uns den letzten Korken ploppen. Ähm. Hat das mit den... Wissen wir in die Röhren rein? Wie kommen wir da hin? Ähm. Braucht die Gumbas wahrscheinlich, ne? Um zu glapeln, schätze ich mal. Ey. Also, dass man da so komisch hochkommt, naja, gut. Och, nee. Ich werde doch jetzt bestimmt irgendwie von einem Stachelding direkt überrollt und dann... Ja. Dann ist Kacke wieder mal. Wette mit euch. Pass auf. Gott. Ja, ich wollte gerade sagen, da müssen wir doch hoffentlich jetzt lang, oder? Das ist sauer gewesen. Ah, das war's. Ja. Ja. Wir haben's. Wir haben's. Let's go. Die 4000 Punkte in COC will ich nicht schaffen. Nee, das ist mir jetzt nicht wert. Danke, aber das dauert doch echt lang. Ist das jetzt ein Bossfight gegen das Vieh? Ich glaube ja. Okay, keine Ahnung, ey. Wieso sind wir denn schon im Bossfight? Okay. Also, Lade auf seinen Kopf. Wir sind so dumme Fisch... Achso, stimmt. Wir können ja auch beschleunigen mit dem Fisch. Ich vergesse ich immer. Also, eigentlich relativ simpel. Nee, ich schaust nicht. Reicht das? Oh mein Gott. Okay, das hätte auch Schieb geben können. Ah, ist es auch so, halt. Ähm. Da hinten können wir uns die Scherzen holen. Was ist denn da? Nee, wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht ran. Aber wir kriegen nochmal ein extra Herz. Ich kriegen so... Oh, es sind viele Herzen verteilt, sehe ich gerade. Das ist sehr, sehr nice. Ja, dann schaffen wir das schon. Er struggelt jetzt. Ich glaube, das Wasser ist ausgegangen in der Sekunde. Komm. Es hat ausgereicht. Es hat ausgereicht. Dein Leben abgezogen bekommen ist aber nicht schlimm. Ich nehme mein Herz. So, Junge, wo geht der denn immer hin? Kann er doch gar nicht... Doch, er kann da weiter. Oder? Was sagst du? Mann, der fightet gar nicht. Der haut einfach nur ab. Das ist doch nicht ein Fighten, das der da macht. Nee, oder? Oh, ich dachte jetzt, wir kriegen jetzt Schaden davon direkt. Oh mein Gott. Okay, wir haben wieder Leben bekommen. Nein, jetzt haben wir Schaden bekommen, aber... Wir haben direkt wieder... Oh, Hilfe, es geht jetzt ab. Das ist ja gar nichts mehr gecheckt gerade. Okay, das ist ein bisschen brutal gewesen. Aber Mario freut sich bestimmt jetzt wieder über die Multimonde. So wie ich den kenne. Spiel vorbei. Nee, der ist so der Oktopus-Gegner. Haben wir damit auch... Haben wir es damit auch... Haben wir es damit geschafft? Oder brauchen wir noch Monde? Da vibriert es wieder irgendwo. Ich kriege einen Mond, oder? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, wo. Ich stampfe einfach über... Jürgen, ich bin zweimal aufgestammt. Bestimmt eine Reihenfolge öffnen? Ah, okay, ich checke es. Okay, also eins, zwei, drei, vier. Ich habe es gar nicht gecheckt. Erst, was die von mir wollten. Ich habe es wirklich null gecheckt. Das war eigentlich für Kinder gemacht und ich checke gar nichts. Let's go. Aber die waren auch nicht zu töten auch noch. Die waren auch einfach nicht zu töten. Das, Mann. Oh, da unten ist ein Schornstein. Äh. Digga, was laber ich? Äh. Wie heißt das, wie? Was heißt das denn, Schornstein? Was red ich da? Was für ein Schornstein, Alter? Ey, auf die Idee muss man wirklich erst mal kommen. Komm, die haben die ganze Zeit über sich die Monde gehabt. Und der kommt einfach und schleppt ihn unter sich. Hm. Ich komme jetzt nicht voran. Ich muss, glaube ich, auf einen Fisch, leider. Schnell. Nice. Wo genau ist der jetzt hin? Da. Let's go. Let's go, Leute. Sehr, sehr, sehr geil. Nice. Die nächste Welt. Zwei gestern geschafft. Schlemmerland. Oha. Und damit kommen wir an im Schlemmerland. Dort will er den Schlemmer-Eintopf klauen. Oder wird er schon... Ich weiß es nicht. Dann sind die Budons. Und damit, let's go. Die Budons sind schon da. Wir sehen es hier schon. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier lang müssen. Da hinten sind auf jeden Fall... Ah, keine Ahnung. Ich komme jetzt mal nicht hin. Überfordert. Welche Richtung? Ah, wir müssen, glaube ich, da lang. Es gibt nur die Richtung. Achso, okay. Es gibt schon mal nur die Richtung. Nein! Ich wollte hier nicht töten. Ja, kacke. Ich weiß, ob ich die noch gebraucht habe. Weiß ich. Was ist das denn? Ah, die gehen... Oh, die gehen kaputt. Okay, crazy. Das sind so Lavatomaten scheinbar. Okay. Komm ich hier lang? Ich glaube, ich komme hier lang. Ja, scheinbar. Oh. Ey, also die Welt ist bisher für mich echt Überforderung. Wieder mal. Nice. Let's go. Okay, jetzt. So, wir sind so ein Feuerblubding. Nice. Okay, jetzt. Jetzt können wir erstmal voran. Ja, dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen. Der Start war schon mal nicht so clean. Was geht jetzt ab? Wer ist schon im Fight? Wussten wir den schon fighten? Oder hat er noch nicht? Ich glaube, wir haben alle schon gefeiert, oder? Das war doch der Gift. Nein, das war der Gift-Typ. Oh, shit. Das war der Gift-Typ. Sehen die nochmal? Stopp mal. Ich hab, by the way, gar kein Leben mehr. Das wird nahezu unmöglich, das zu gewinnen. Aber wir werden es probieren. Yo. Ey, das ist ja jetzt nahezu unmöglich, oder? Für uns. Das ist real talk. Ich meine, wir müssen... Wir müssen jetzt wahnsinnig gut spielen. Oh, hä? Ey, wie chillig. Ey, warum? Ich helfe. Der war einfach immun für kurze Zeit. Nice. Nice. Let's go. Wir haben ein Herz bekommen. Wir machen sogar Plus mit dem Kampf. Wir hatten vorhin ein Herz, das haben wir zwei. Oh, oh. Komm. Zack. Haben wir. Oh. Ey, wir haben es mit einem Herz geschafft. Real talk. Das war gut. Ein Mond davon. Oh, ey. Das ist aber jetzt dafür auch ein bisschen low. Dafür sind wir jetzt full up. Wir waren vor dem Kampf praktisch dead. Das ist ganz geil. Let's go. Wir haben einen neuen Weg. Unter den Käsefelsen. Lol. Das sind Pfannenkoopers. Das ist geil. Und ja. Also es läuft bisher schon mal sehr gut. Wir haben direkt den ersten Boss halt auch gut geschafft. Ach, lol. Wir sind einfach eine Gabel. Wie geil. Das ist ein Huhn. Der Vogel da oben ist aus dem Nichts aufgetaucht. Okay. Dieser dicke Vogel, Alter. Nice. Okay. Dann mal los. Wir sollten ja nicht mehr so weit von Bowser entfernen, schätze ich mal. Wir haben gestern noch zwei Welten geschafft. Ohne Cappy laden ist immer gut. Aber ich glaube, da ist nur ein Dele. Ah. Wir können uns nichts kaufen. Doch. Doch. Da ist der gelbe Typ. Das sind einfach Gabeln. Egal. Zack. Das ist es nämlich. Direkt den Mond mitnehmen. Den nehmen wir immer mit. Dann müssen wir einen zweiten für die Welt. Was genau ist hier? Boah. Das ist ja super hart. Oh mein Gott. Das war für mich richtig schwer. Ey. Den Mond. Nimm ihn. Nice. Ey. Das war für mich echt hart. Und wir sind in dem Lavaball wieder drin. Okay. Also ich glaube, wir müssen aber nicht dort lang. Wir müssen dann hier hoch. Auf jeden Fall. Achso. Wir kommen hier gar nicht hoch. Oder wie? Ach. Ich wollte gerade sagen. Das hat mich jetzt richtig getriggert. Doch. Zack. Das Fleisch brauchen wir. Oh. Okay. Ja. Danke. Ja. Das Fleisch. Könnte der Vogel schnappen an die Angst. Ey. Wie geil sind eigentlich diese Viecher da? Yo. Ich kann Pfannen werfen. Ey. Das ist geil. Das ist geil. Nein. Ach. Es war ein Mond. König. Geil. Ich bin wieder mit. Ey. Das ist mein Lieblingscharacter. Glaube ich. Der Pfannenkooper. Ey. Das ist ja Ultra. Ist da noch etwas drin? Ich glaube nicht. Okay. Ich denke ja. Wie da auch raus sieht. Die Schildkröte mit dem Dings drüber. Sehr geil. Die Gabel. Hoch. Ich glaube ich hab's. Ich weiß nicht, ob ich mit einem Leben da jetzt noch weit kommen werde. Oh. Speicherpunkt. Wir sind wieder full life. Okay. Ja doch. Ich hab' alles richtig gemacht. Ach so. Was? Wir können uns. Okay. Auch sehr, sehr random. Aber irgendwie geil. Ja gut. Da würde ich aber als Vogel auch drauf gehen. Aber wir haben das Salz abgeschüttelt. Ne? Nice. Ey. Die Charakter sind so geil gemacht in Odyssey. Immer wie die aussehen. Oh mein Gott. Wir können ja auch da lang. Okay. Easy. Wir gehen nicht die Maiskolben. Danke für den Hinweis. Das ist ja viel leichter als dieser Kack Maiskolben. Klar, wir kriegen jetzt keine Münzen. Aber wieso kriegen wir jetzt drei Monde einfach? Wie geil. So. Was macht der dicke Vogel jetzt? Okay. Halber Sandsturm. Oder eher. Kein Sandsturm. Aber egal. Der Vulkan bricht aus? Wieso das denn jetzt? Wie random kommt das denn jetzt bitte? Hä? Macht der Nullsinn? Wie random? Hä? Hä? Oh Gott. Ah. Ich wieder so ein Viech. Okay. Wo müssen wir denn so haupt lang? Ich check's grad nicht so ganz, was der Plan jetzt hier gerade ist. Ah, okay. Da seh' ich's ja. Da ist wieder so ein Feuerflug. Drück. Rein da. Mann. Heiß. Okay. Ähm. Ah ja. Das sieht doch gut aus. Da hast du ein Kanonending. Jawohl. Rein da. Achso. Ähm. Ja. Jo. Wie geil. Da ist ein Speicherpunkt. Das ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Sehr gut. Oh. Nicht wieder so ein Fun-Typ. Tag. Aber wir nehmen nicht mit. Oder war noch einer. Ich hab den gar nicht gesehen. Tut mir leid. Das ist natürlich jetzt dumm gelaufen für den. Wir können... War das ein Geheimnis? Da gibt's was. Ja. Let's go. Oh. Fünf. Die Herzen. Der Mond. Nice. Oh. First Try. Oha. Fünf Stück. Ey. Der ist ja viel besser geworden da drin. Ey. Was? Oha. Na gut. Moment. Ich komm. Ich hol mir die jetzt noch. Ich kann die nicht killen. Ich hab ja keine Cappy mehr zum Werfen. Achso. Ich hab die Cappy auf den geworfen. Geht nicht im 2D-Spiel scheinbar. Dumm gelaufen. Okay. Zwei Leben noch übrig. Nicht wieder dieser Kack-Maiskolben. Ich hab den gar nicht im Griff. Spring. Oh. Ich hab gemisst. Ich krieg doch normalerweise das hin. So. Achso. Ich dachte, da wär was. Ja, wir haben jetzt nur ein Leben. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Okay. Probieren wir's. Probieren wir's. Ich weiß nicht, ob die Stämme einen jetzt killen. Ich hoff's mal nicht. Hä, wie geil das wieder gemacht ist, ne? Oh mein Gott. Achso. Achso. Okay. Ich dachte ganz kurz, ich bin komplett. Let's go. Nächster Mond. Im Schlemmerland. Let's go. Ja. Oh mein. Mann, wieso stell ich mich immer so doof an? So genau hab ich jetzt nen Mond bekommen? Hä? Ich denk grad nicht. Jetzt so. Mann, das hab ich aber nicht gemacht. Der ist... Nein. Ey, schau doch nicht so zu, sondern hau mal. Mach mal was. Hallo. Oh, wir kriegen... Das ist ohne Witz, aber es ist auch wert gewesen. Ja, ein Leben ist doch schon mal weg, fairerweise, aber... Hat sich trotzdem gelohnt, denke ich. Ich meine, sechs Leben für den... Height ist... Is nice. Boah. Kann man auch nehmen. Nee, nee, nee. Okay. Oh. Boah. Ah, okay. Das geht einmal... Oh mein Gott. Ich wollt grad sagen, ich hab's fast verkackt. Okay. Oh Gott. Hä? Wo kommt die her? Ah, die kommen von ganz oben. Okay, müssen wir aufpassen. Boah, ich bin echt... Ich bin so schlecht im geradeaus laufen einfach. Nice. Nochmal. Sechs Herzen jetzt wieder. Zack. Geil. Wir sollten gleich oben sein, oder? Ich meine, komm, wir sind schon ein gutes Stück gelaufen. Oh mein. Ja. Ja. Okay. Ja, abfeiern. Das ist geil. Okay. Ich denke, jetzt geht's in den Bossfight. Doppel ist schon zubereitet jetzt. Ah. Ah, okay. So einfach. Gut. Das Problem ist halt jetzt, dass wir da einfach nur noch ein Leben haben. Wenn wir aus irgendeinem Progg natürlich nochmal ein Herz rauskriegen würden, wäre natürlich chillig. Jawohl. So, ein bisschen mehr noch am besten. Ja, ja, ja. Boah, ich bin abgestürzt von der Bahn. Egal, komm. Zack, okay. Das Ding ist, sie hat noch ein Leben, wir aber auch. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Wir hatten ein Leben. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch ein einziges Leben, dass wir wieder... Komm. Oh. Ja, okay. Kurz zu brocken jetzt. Ja, das ist ja fast unmöglich. Wie soll ich denn da hochkommen? Oh je. Oh, das ist das Anfänger, das ist sehr, sehr hart für mich. Jetzt. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ey, das war richtig hart für mich. Let's go, Leute. Ey, wir sind sehr gut im Rennen jetzt. Wir sind richtig gut im Rennen. Let's go. So, uns fehlen tatsächlich noch fünf Monde. Okay, neben dem Shop wäre eine Rübe, habt ihr gesagt. Ja. Mach mal. Zack. Ja. Mond, 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 Mond. Ja. Ein Mond schon mal gesammelt. Das heißt, äh... Vier noch. Nice. Wieso bin ich so schnell? Jeff. Sehr, sehr geil. Der war wichtig. Der war ultra wichtig. Okay. Da ist noch einer. Da kommen wir eh hin bestimmt. Relativ easy. Da lasst den mitnehmen als nächstes. Wir brauchen noch vier. Nee, noch drei. Nur noch. Ach so. Hat mir die Scheiße. Da hast du mit eingerechnet. Cool. Das schaffen wir eh gut. Kommen wir da einfach so lang? Ja. Okay, wie kommen wir denn da hoch? Okay, das sollte auf jeden Fall safe der zweite Mond sein. Ja. Boah, die springen echt nur brutal hoch. Damit tue ich mich ein bisschen schwer. Ja, macht was. Ja, sah ich ja. Oh, der hat den weggekickt noch. Tschölich. Ähm. Hätten wir den Cast-Typen noch gebraucht? Oh, das sind neue. Sehr gut. Wollte gerade sagen. Das hab ich jetzt richtig abgefuckt. Jawohl. Ich kann mich der Pfanne auch einsammeln. Tschölich. Ja. Aber das war ja gar nicht der Mond auf der Spitze, wo ich hin wollte, oder? Oder war das der? War ja dann einfach irgendein anderer. Random. War gut. Am Anfang die Fackeln anzünden. Okay, machen wir. Ja. Ja. Mann, wieso ist der denn vorher nicht verwandelt worden? Jetzt hab ich nicht verkacken. Ja. Let's go. So und nicht anders. Ey, wenn ich das so verkackt hätte. Weiter. Nice. Okay. Also beide Outfits kaufen, Leute. Nice. Easy. Ja. Und Mund. Komm. Ich seh wie hoch aus. Ja. Ja. Komm rein. Einfach in den Top springen. Ja. Ich lasse das. Äh, Leute. Ihr macht das voll kompliziert. Zack, da ist es doch. Zack, da ist der Mond. Und. Oh. Oh. Wie, der ist jetzt da oben drin oder wie? My bad. Einfach rein. Jawohl. Easy. Okay, wir schaffen den. Real Talk, wir schaffen den. Ich weiß auch, wie der funktioniert. Wir müssen einfach nur die Ringe easy dodge. Das kann man sich auch nicht ausdenken, ne? Ich sag, ich bin auch so voller Selbstbewusstsein verkackt direkt am Anfang. Das ist, das ist ja. Das ist, also das ist aber jetzt wirklich wieder so ein Klassiker. Wie kann man sich denn, wie kann man denn so doof sein? Also Real Talk. Ah, so muss das. Ja, ja, genau so. Okay, ein Leben ist weg. Okay, jetzt wissen wir es aber. Wir haben leider auch schon ein Leben selber verloren. Das war echt unnötig, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir haben noch ein paar extra Leben auch drin, hier seht ihr hier. Also wir haben jetzt deutlich, deutlich bessere Ausgangslage als gerade Leben. Wir haben jetzt hier kein Leben von hier zu leben. Wir wissen auch vor allem, wie es funktioniert. Zack. Elektrowellen. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Äh. Hoch. Ja, ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Zack. Das war clean. Das war clean, Leute. Zwei Leben hat er noch. Wir sind Full Life. Wir schaffen das. Das war auch als blutiger Anfänger doch eigentlich absolut schwierig, oder? Keine Ahnung. Meine, allein diese ganzen Elektro-Winge, die können ja unmöglich alle dodgen. Full Life wieder wichtig. Okay, das könnte direkt das Finale jetzt werden. Ja, guck mal, der schießt da 30 Wellen raus. Keine Chance, dass sie dodgen. Jetzt. 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 Komm. Ja. Ja. Geil. Wichtig. Zack. Drei Monate ist reichst du, wir kommen weiter mit den Muten. Chillic. Hunger. Wobei der diesen Riesentrache ist irgendwie, der passt nicht so ganz rein, finde ich. Vor allem auch, wie der aussieht. Wie ein Endboss-Kampf gerade. Wie? Richtig. Das läuft, Leute. Das läuft jetzt richtig. Und damit. Ey, das ging schnell. Das ging gesch- Ich hab schon gedacht, scheiße, wir werden es ewig brauchen. Das wird gar nichts werden. Aber jetzt, den haben wir wirklich schnell rausgenommen. Und damit. Schleiche dich in die Bau- In Bausausfestung. Wow. Finale Land. Ich hab's mir anders vorgestellt. Eher wie so eine Lava-Burg. Es ist halt eher, ich weiß nicht, es ist halt wenig Lava und mehr asiatisch, sag ich mal, ne, gehalten. Aber sehr edel auf jeden Fall. Was ist da denn los? Hey, wie geil. Wir ignorieren die einfach, würde ich sagen, oder? Von rein. Die Musik, wie geil. Das ist nice. Okay, das sind so... Oh mein Gott. Oh, geil. Okay, wir können piksen. Ah, wir sind's hier, Wände hoch. Ey, wie nice ist das doch erklären. Danke. Ey, wie geil ist das bitte? Schaut's euch an. Ey, das ist ultra nice. Nein, nicht wieder das wie ich. Ey, das feier ich. Können wir da noch irgendwas machen? Nein, 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 nicht. Aber wir müssen... Wir müssen keine Monde mehr sammeln. Okay, das ist krass. Das ist krass. Wir müssen einfach keine Monde mehr sammeln. Ja, auf die Idee müssen wir auch erstmal kommen. Nein. Hat aber auch Sinn gemacht, finde ich. Wichtig, vergesst den Queststrahl, dein Universalbuch zu verwenden. Danke dir. Ich werde es vergessen. Vergiss es. Ja, ich muss echt dran denken, aber hast recht. Ich bin schlauer so zu spielen, oder? Jawoll. Ey, das hat lang gedauert. Aber es war nice. Also es hat erst lang gedauert, aber ich meine, das war schon ein etwas schwererer Mond für mich. Konfrontation mit den Brutals zuerst noch. Ach so. Ich will einmal... Ich will mich nochmal kurz umziehen. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich weiß nicht. Jetzt als Koch nicht irgendwie ein bisschen random. Ja, hatten wir die Mütze überhaupt schon einmal aufgesetzt? Oder hatten wir die ganze Zeit die Weiß sogar? Okay. Wir kriegen halt kein Extraleben hier irgendwie, ne? Das nervt mich halt. Also der erste Part ist immer ziemlich entspannt. Das verstehe ich halt. Ich muss die Hüte so schnell das geht einfach ausschalten, oder kann ich überhaupt nichts beeinflussen? Egal. Oh, da kommt ein Herz raus. Okay, aber jetzt werde ich auf jeden Fall... Nein, ich bin so dumm, hab's aufgesammelt. Okay, komm, wir schaffen es, wir schaffen es. Vorstich, Jonas. Shit. Ach, schnell, mach, schnell, mach, schnell, mach, schnell. Okay. Lass mich raten, dass wir noch einer, oder... Ja, bitte noch einer, bitte noch einer. Ja, ein Status weg. Überstehen. Boah, das ist aber auch anlackig. Ich meine, ich weiß ja nicht, wo die hin... Ja, wenigstens ein Leben mehr als gerade eben. Ich finde, es hat schon mal einen Kacks-Start jetzt gewesen, natürlich. Nein, okay, noch einmal jetzt. Wir schaffen das jetzt, dieses Mal. Nein, nein, nein. Wir schaffen das, wir schaffen das jetzt. Wo ist sie, wo ist sie? Shit, wie der... Die... Die setzt diese eine Bombe immer hin, dass sie mich trifft, das check ich nicht. Egal, okay, wir schaffen das jetzt. Jetzt! Die ist down, die ist down, die ist down, ja! Down. Beide besiegt. Ich dachte, es wären noch alle vier, es sind zum Glück nur zwei gewesen. Da ist der Mond. Auf geht's. Abrechnung in Bowsers Festung. Oh, man sieht aber schon, das sieht nach einem schweren Part aus. Let's go. Also, wir erreichen den letzten Checkpoint am Haupthof. Ich bin wieder so richtig bescheuert, ne? Okay. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Hier, das ist Wasser. Muss ich denn jetzt wissen, was das Wasser ist? Was ist denn da Wasser? Hey, wie random! Die bin ich jetzt gar nicht gekommen. Ja. Geht nicht, also. Also. Ja, da geht's lang. Okay. Boah, das ist aber schon eine massive Festung, muss ich ehrlich sagen. Die Starterwelt ist doch eigentlich ganz schön, aber die ist halt ziemlich klein. Okay, jetzt aber, wir kommen voran. Jawohl! Ja! Oh. Weg. Ja. Rüber? Weiter. Wie jetzt. Ich denke ich nicht. Werd ich denn da machen? Ich kann hier halt zurückstoßen, stimmt. Na egal, das ist nicht mehr, okay. Haben wir einen neuen Checkpoint? Ja. Okay, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Äußere Mauer erreicht. Das kennen wir schon. Ja, schlag den Vogel am besten. Die arme Vogel. Tag. Mann, der ist so langsam. Was macht der denn da? Kein Wunder, dass er nichts hinbekommt, so. Tag, jetzt. Okay, okay, jetzt. Äh, wie jetzt? Was war's jetzt gar nicht? Muss ich jetzt machen? Ich brauch so ein Vogelfieh, glaube ich. Habe ich den jetzt gar nicht töten müssen? Ich bin jetzt hier bei sechs Stunden bisher. Ja. Ah, ich bin jetzt auch nicht gut. Will ich jetzt auch nicht sagen oder so, aber... Nice. Das ist echt... Das ist aber wirklich hart. Ja! Ja! Das war stark. Das war stark. Sind wir oben. Sind wir oben. Ne, am Fuße des Turms, ja. Mann, wie groß ist in dieser Kack... Jetzt kann doch nicht sein, wie groß ist denn dieses Ding? Jetzt aber. Okay, ja, der haut mit der Prinzessin ab. Cheering. Oh nein, wir kommen jetzt noch mit. Da ist der Ring auch... Neee. Was geht jetzt auch? Nein, wir kriegen noch ein Gegner in die Fresse jetzt geknallt, bevor wir... Also, wenn wir überhaupt nachkommen. Ich dachte, wir kriegen jetzt vielleicht eine Rakete, mit der wir direkt nachfliegen können. Oh Mann! Da sind alle vier von den Viechern nochmal drin. Das ist doch bestimmt kacke schwer jetzt nochmal. Oh mein Gott! Stahlfüße. Ah, ich kann die Bomben zurückstoßen. Natürlich. Auf die Beine. Und oben ist Holz. Das sieht man, das checkt man. Ja, ich verstehe das schon, danke. Ja! Jawoll! Und die komplette Vermantlung ist jetzt weg, oder wie? Lol! Das ist ja übel geil! Okay, sehr gut. Sehen die Metallfüße jetzt zurück? Die müssen doch jetzt eigentlich aus Holz sein, oder? Das sah ich ja. So einfach. Ja, wahrscheinlich kommen die zurück dann. Erst einmal. Wie, ich hab doch gedrückt! Fuck. Oh, 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 oh! Komm, 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 komm! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, Bomben wieder. Zurückpiksen. Einmal. Der kippt direkt! Ja, chillig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rein, rein, hoch, rein, hoch, rein, hoch. Ja, ich hab's vorhin nicht gecheckt, ich dachte, ich müsste auf die an der Seite gehen. Genau so. Okay, zwei noch. Der grüne und die lilere. Da haben wir's. Und wir haben, wir haben da noch einen Stein liegen. Also, wir können's auch noch beschippen extraherz. Ist halt jetzt nicht was passiert. Sieht jetzt nicht so chillig aus. Aber wir können halt nix machen, solange die keine Bomben schießen. Echt dumm, wenn die keine Bomben schießen würden, dann wird auch nix passieren, aber so. Ja, clean. Okay, wir müssen noch einen rausnehmen. Ist wieder verkackt. Okay, ein einziger noch. Ein einziger, dann haben wir das. Beine reparieren sich nochmal. Ich weiß nicht, was kommt. Was kommt jetzt? Ja, Feuerstrudel hatten wir schon. Feuerstrudel, was laber ich? Egal. Okay, okay, okay. Einfach wegbleiben von denen. Einfach wegbleiben und die Bomben zurückhitten. Zwei Leben haben wir. Da ist wieder ein, aber die kriegen wir schlecht. Ja. Ja, das ist gut. Ja. Ein Bein ist... Ne, das reicht. Ach, muss man nur ein Bein anhitten. Das wusste ich nicht. Oh. Hab ich. Ich glaube, ich hab's heute. Das muss, das muss es gewesen sein. Oh, wir haben's. Ich hätte immer nur ein Bein hitten können. Let's go. Oh, yes. Okay, okay, okay. Das war, das war sehr, sehr intense. Okay, der Controller geht auch komplett ab. Okay, 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 okay. Das müsste der entscheidende Fight von Bowser gewesen sein. Wir holen wir jetzt am besten zwei Monde. Wir brauchen zwei Monde, dann sind wir bei Bowser. Zwei Stück. Okay, habt ihr noch einen anderen Tipp, wo ich den Mond kriegen kann? Nein, will ich nicht. Weil doch. Vielleicht vor dem Fight gegen Bowser schon mal. Ich hätte ihn gehabt. Wie lost war das denn, bitte? Ich hab's nicht im Kopf gehabt. Okay, wo krieg ich den Mond? Wo krieg ich den Mond am besten? Ja. Wie genau? Wie genau funktioniert der? Ja, Mann. Ich glaub, Lakito war die Lösung. Ja. Jawoll. Er ist. Der finale Mond. Ist das schwer gewesen? Und damit. Finally. Geht es los. Auf geht's. Ja. Maximales Potential. Oh mein Gott. Das war's. Das letzte Level jetzt. Das geht. Auf den Mond. Mondland. Auf geht's. Bowsers Mondhochter. Wer will jetzt auf den Mond heiraten? Okay. Es geht los. Wir sind auf dem Mond. Und es ist das letzte finale Level. Ich weiß krass, wie hoch wir springen können. By the way. Wir sind auch keine Monde sammeln, oder? Ne, sieht nicht so aus. Wie geil. Wie hoch wir fliegen einfach. Ich nicht. Oh, die haben wir auch gebraucht, glaub ich, ne? Ja. Wow. Gott. Wo kommst du denn her? Das ist tief. Das ist lauf. Wir müssen runter. Wieso sind wir jetzt in der Lava-Festung plötzlich? Oh, hab ich irgendwas falsch gemacht, oder? Oh. So hatte ich mir das finale aber auch vorgestellt. Mit Lava. Ah, okay. Das ist sehr, sehr random. Nein. Ich hab eigentlich extra herzen. Ich glaub, stimmt, das war smart. Oh, noch mal extra herzleben, ja. Oh, da kam Lava raus. Hier müssen wir aber auch erstmal kommen. Woll. Wolle ich mal? Hm, eins verloren wieder, egal. Krieg. Sehr gut. Und los. Ah, leider noch mein Leben verloren, egal. Wow, das ging schnell. Das ging gut, das ging gut, das ging gut. Okay, nächster Part. Zack. Los geht's. Ah, das sind diese Pfadentypen jetzt. Ich hab' jetzt keine andere Idee gehabt. So. Sehr, sehr viel Münzen. Okay, sehr gut. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Den lassen wir zu, würde ich sagen. Den ersten, den zweiten müssen wir auf jeden Fall capturen. Okay, das war gut, das war gut. Ich muss nur noch diesem komischen letzten Käfertypen da ausweichen. Nee, kein Problem. Nice. Raus aus dem? Danke. Nice, nice. Das war clean bisher. Ja, das Update hab ich schon mitbekommen. Aber das ist echt nicht geil. Nein, da. Das ist geil. Das ist geil. Ja, der Partner hat sich so schräg, für mich schon hin. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen, okay? Okay. Jawoll. Ihn. Boah, das sind aber auch echt... Da wird man schon nochmal gefordert hier. Ich glaube, wir müssen da hoch wahrscheinlich. Aber, ja, okay, da geht's schon weiter. Das sieht man schon. Hey, ich check's gar nicht, Alter. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das schaffen? Bitte. Ich find den Part schon echt richtig eklig. Ey, Weespawn ist so lächerlich, Alter. Das ist okay, jedes Mal nur einmal zu hitten. Ja, ich glaube, das ist echt schlauer, ne? Ein bisschen vorsichtiger einfach. Darf ich heilen. Ich muss halt einfach... Voll-Life bleiben. Okay. Ey, das ist jetzt super hart. Nicht so offensiv gehen. Okay. Wir schaffen das jetzt. Wir dürfen nicht so offensiv gehen. Ich hab mich kurz gekratzt. Ich bin so dumm. Warum mach ich das? Ey, also das sind aber auch einfach Fehler, die nicht passieren dürften. Okay, immer nur einmal hitten. Immer nur einmal hitten. Ich darf nicht nie wieder kratzen in dem Moment. Wir müssen ja im Moment. Okay. Ah, in die Fresse. Okay, wir müssen immer nur einmal hitten. Wir kriegen halt kein Leben zurück. Das ist halt das Problem. Okay, okay, okay. Immer nur einmal hitten. Das ist wichtig. Zack. So, jetzt noch einmal. Wir haben noch zwei Leben. Komm. Nice. Gut, Deutsch. Gut, Deutsch. Gut gesehen. Ich verhüterte den jetzt, bitte. Verarschen. Einer weg. Zwei weg. Drei weg. Wieder einer weg. Der ist auch weg. Zack. Der ist auch weg. Shit. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich kann es schaffen. Komm, 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 komm. Let's go. Okay, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben es so gut wie geschafft. Hier nochmal das Geld mitnehmen. Ah, nochmal 60. Alles mitnehmen. Hey, ich fass es nicht, ne? Oh mein Gott. Auf geht's. Die letzten Meter, Leute. Auf. Bam. Let's go. Der finale Boss. Also, Bowser. Ganz wichtig jetzt. Ähm. Okay, Leute. Mario gegen Bowser. Das Finale. Auf geht's. Nee, nicht schon wieder. Ich wollte gerade sagen. Wir stürzen jetzt nicht nochmal ab. Oh. Okay. Ich dachte, ich dachte, sie wäre... Okay. Ja, ist ne Ordnung. Okay. Wir gehen in den finalen Fight gegen Bowser. Ja, ich werde sie verkackt. Ich hatte mir vorhin relativ riesig geklappt. Also, vorhin. Gestern halt mehr, als wir den ersten Fight gegen ihn hatten. Hier. Muss man auch wirklich aufpassen, weil der erste Hut ist ja direkt bei einem. Okay, komm. Auf geht's. Der entscheidende Fight nach sieben Stunden insgesamt. Schön gedodged. Und wir haben den ersten. Der Hut ist weg, aber das ist in Ordnung. Wir sind Full Life jetzt. Wir sind Full Life. Ich check das Feuer noch nicht ganz. Das geht nicht. Ich check's nicht. Wie doodchen wir das? Egal. Ich brauche jetzt am besten das Leben wieder zurück jetzt erstmal. Shit. Shit, shit, shit. Das ist... Mann, ich bin... Warum bin ich so bad in dem Game? Shit. Ah, ich muss nur den weißen Hut treffen, dann müssen die anderen auch weg. Okay. Was soll ich machen? Ich lese den Chat doch. Soll ich jetzt den Chat schauen oder was? Okay. Shit, so früh. Mann! Jetzt werde ich eigentlich sauer. Okay, wir haben noch einen letzten Schlag. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Ah, los. Okay. Okay, okay. Hol dir! Oh, ne. Ich hab nicht so ganz... Das Feuer verwirrt mich extrem. Wir müssen drüber springen. Das Feuer ist irgendwie verpackt, ne? Das verstehe ich nicht. Ja, danke dir. Okay, das ist jetzt unsere... Ja, okay. Jetzt müssen wir es schaffen. Wir haben jetzt sechs Leben. Real talk. Hitbox ist dünn. Ja, scheinbar. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay, das ist... Okay, jetzt haben wir es wirklich. So, sorry für die verkackten Versuche. Als Anfänger, ne? Wir schaffen das jetzt. Wir haben jetzt nochmal... Wir haben sechs... Ich hingeschaut. Oh mein Gott, ich bin so lost. Ich hab durch Zufall geschüttelt in der Sekunde. Okay, wir haben sechs Herzen. Das schaffen wir jetzt. Sechs Herzen gegen Bowser. Okay. Let's go. Wir gehen rein. Das schaffen wir jetzt. Real talk, das schaffen wir jetzt locker. Natürlich nicht. Ich muss im Timing noch arbeiten, auf jeden Fall. Ich muss aber auch echt viel Geduld haben. Der lässt sich echt sehr, sehr viel Zeit. Da muss echt lange warten. Okay. Wir haben fünf Leben. Wir haben fünf Leben. Alles in Ordnung? Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Fünf Leben jetzt. Safe. Schaffen wir das jetzt. Also, ich werde nicht getroffen. Ich nehme es hin. Gerne. Okay, wenn wir jetzt das Leben zurückkriegen, dann noch besser. Das war natürlich jetzt krank. Oder Trepper. Guter Hit. Und kriegen wir das Herz zum? Tag. Sechs Herzen wieder. Fünf wieder. Das war jetzt lost. Und da alles zu verlieren. Egal. Das war jetzt wirklich, wirklich lost. Aber ist nicht schlimm. Fünf Leben weiterhin. Komm. Mann, das ist so schlecht von mir. Okay, wir schaffen es jetzt. Komm. Immer noch vier Leben. Schön. Schön. Jetzt. Vier Herzen. Vier Herzen und Finale. So weit hat man ja noch gar nicht. Komm. 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 Oh je. So geht das. Spring. Immer springen. Nicht gesprungen. Schlecht. Ist nicht schlimm. Okay, okay, okay. Komm. Finale. Drei Herzen. Drei Herzen ist noch in Ordnung. Die extra Herzen sind... Wir kriegen jetzt eh keine Herzen. Wir müssen einfach das in weißen Hut zu schnelles Getreffen. Das ist das Entscheidende. Nice. Schöner Hit. Schöner Hit. Schöner Hit. Okay, jetzt können wir es schaffen, Leute. Drei Herzen. Drei Herzen. Ein Schlag fehlt uns. Dann haben wir das Spiel geschafft. Haben wir es noch geschafft? Denk mal, ist der Ross. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Wir holen es jetzt. Komm. Drei. Drei gedocht, Leute. Wie? Nochmal? Hey. Das ist ein Joke. Wieso? Nochmal. Ich hab drei gedocht. Man weiß halt nie, was die Entwickler da reingebaut haben. Was soll das denn jetzt? Ich hab dreimal gedocht. Nochmal. Oh, der haut noch einen weiteren Schlag raus. Alter, wie viel in den Spielern das? Wir haben so viele Konsole weggeworfen. Da sind so viele Controller geflogen bei der Szene. Wahrscheinlich setzt er dreimal einen und dann einfach noch so random und noch den letzten. Ja, da waren die Entwickler aber ganz böse. Haben wir es geschafft? Okay. Jetzt, aber wir sind halt unterirdisch jetzt, ne? Sie freut sich einmal. Sie freut sich einmal. Let's go. Ja. Oh. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Das sind diese Metallblöcke, die wir auch im Spiel überall verteilt hatten. Lieber, danke fürs... Was ist ab? Danke. Oh nein. Ja, jetzt natürlich kritisch. Happy End. Das war's. Jetzt, oder? Komm, wir haben gerade einen Kack-Boss-Fight gewonnen. Wir haben kaum noch Leben. Ich wollte gerade sagen, ich wäre fast runterge... Äh, wird das gespeichert? Ja, moin. Oh Gott. Wir müssen Bowser steuern wie random. Hätten wir es nicht einfach direkt machen können? Hätten wir direkt gewonnen gehabt. Immer Bowser steuern und einfach, keine Ahnung, runterstürzen. Okay, wahrscheinlich nur, wenn der Knockout ist, schätze ich mal, ne? Let's go, Leute. Auf geht's. Okay. Ich weiß nicht, was jetzt noch abgeht. Eigentlich haben wir den Boss-Fight gewonnen. Okay. Ja, das war's komplett, würde ich sagen. Und jetzt auch? Okay, Bowser ist Mario. Mario ist Bowser. Wie auch immer. Wir haben sechs Leben. Das kann doch kein gutes Zeichen sein. Wir sind sofort hier raus. Das Ding ist halt... ...kann angreifen. Oh je, oh je. Wie viel Bewegung ist hier drin. Oh, ihr seht schon. Die Platten preschen zusammen. Wenn ich schüttle, kann ich Feuer speien. Will ich aber eigentlich gar nicht. Ich schütze noch überall so Blöcke runter nochmal. Ja, ich wollte gerade sagen, die machen schon auch schade. Und sie auch. So, sehr schön. Wir kommen gut voran bisher. Da lang, da lang, da lang, da lang. Ein Fehler, egal, komm. Brücke, Brücke, Brücke. Na drüber. Nice. Aber wir kommen auch aus Bowser da rein. Was? Ey, das ist geil, das ist geil. Weiter, weiter, weiter. Weiß nicht, ob die Zeit knapp ist. Ich schätze mal. Zack, hoch, hoch. Ja, wahrscheinlich. Schnell. Oh mein Gott. Echt ganz, ganz schnell sein. Muss ich so konzentrieren, ne? Das ist der Wahnsinn. Jetzt. Ja, ich glaube, sie hauen einfach immer noch die weg, wie gerade wir gerade schon geschafft haben. Oder? Ja, ja, nee, geht. Okay. Let's go, let's go, let's go, let's go. Rein da. Einfach jetzt kaputt machen. Wir haben noch vier Leben, das ist ordentlich. Ich weiß nicht, ob wir damit weiterkommen. Alter, wie viel ist denn da zu zerschlagen, bitte? Das ist ein Finale, Alter. Das ist geil. Können wir steuern? Ja, wir können, wir können, wir können. Ich sehe den Ausgang. Ich glaube, das ist das Finale jetzt. Ich sehe den Ausgang aber leider nicht. Wo ist denn der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Warum ist die Musik so chillig jetzt? Wo ist der Ausgang? Jackson, ich muss mich da draufhauen wahrscheinlich. Jetzt, ich muss da draufhauen, ich muss da draufhauen. Und jetzt? Ah, das sind noch mehr Säulen, das sind noch mehr Säulen. Hat ich gecheckt. Wie viele sind es denn? Zwei? Drei? Vier sind es. Es sind vier. Oh mein Gott, und ich habe kein Leben mehr. Musik, Alter. Ich habe kein Leben mehr. Wir haben die Säule auf uns selber aufstützen lassen, das ist auch smart. Oh mein Gott. Oh, weiter, 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 jetzt. Das muss es sein, das muss es sein. Die Säule darf jetzt nicht auf uns stürzen. Ja. Ja, ich sehe das. Ein Leben. Willst du mich verarschen? Schnell, 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 hol das. Jetzt. Nein. Starten wir jetzt ganz am Anfang, oder wie? Aber, wir sind wieder hier. Was, der kam ja noch aus dem Nichts, der Brock. Okay, wir haben vier Leben jetzt. Okay, fack, 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 fack. Ah, let's go, let's go, let's go, wir schaffen das jetzt. Ich weiß nicht noch, was ich machen muss. Wir haben vier Leben, müssen vier Säulen holen. Okay, okay, auf geht's, auf geht's. Wir brauchen noch zwei. Äh, drei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war strong. Okay, ich starte jetzt, sind wir jetzt super dabei. Hm, unnötig. Unnötig. Recht gemacht, egal. Zwei Säulen noch. Drei Leben sind in Ordnung. Oh, mein Gott, mein Gott. Zwei Leben, Leute. Das kann man sich aber auch echt nicht ausdenken, ne? Wieder ein Leben jetzt. Ja. Okay, wir haben noch zwei Leben. Das ein Leben mehr als vorhin. Jetzt hier ist ein Platz frei. Weg, dodgen. Dodgen. Arschmilch, wie lange muss das denn? Oh, mein Gott. Ja, ja. GG, ey, danke, Leute. Was passiert jetzt? Wir haben es geschafft. Bowser liegt am Boden. Ich weiß es nicht. Ja, was jetzt? Die beiden Hüte sind wieder zusammen. Nice. Wir freuen sich. Wir freuen uns. Geil. Dübel geil. Und jetzt? Hier sind wir jetzt zusammen. Mario. Ne, perfekt. Digga, wir haben ihn besiegt. Was geht denn jetzt ab? Oh, jetzt gibt's Battle. Also, ich würde mich jetzt schon eigentlich für Mario entscheiden. Ich meine, von Bowser wurde er entführt. Und wir haben sie gerade gerettet. Aber gut, ne? Genau. Was hast du denn jetzt? Ich stau mal ganz kurz. Sie lässt uns jetzt beide sitzen, nachdem sie vom Bowser entführt wurde und wie sie gerettet haben. Also, nächstes Mal lassen wir sie einfach so entführt. Was ist das denn jetzt? Wie? Sie lässt uns jetzt sitzen? Nachdem wie sie... Ich bin durch 15 Welten gereist. Und er hat ernsthaft sich einen Nian Bowser überlegt, der sie entführt hat. Okay, crazy. Alter, was ein geiles Game. Leute, das ist der Super Mario Odyssey. Wenn es euch gefallen, habt ihr gerne ein Abo da. Da ist noch der Abstand verlinkt. Da sind noch weitere Videos verlinkt. Nintendo, Fortnite oder sonst was. Wenn ihr Bock auf den Let's Play Kanal habt, war super viel Aufwand. Auch sehr teuer. Ich muss das Game nochmal neu kaufen extra fürs Video. Deswegen bin ich auf euren Support angewiesen. Also, wenn ihr Bock auf andere Games habt auf diesem Kanal, abonniert gerne. Und ja, hol rein. Übel geil. Top.